wie entfernt man das kratzen beim lenken an beispiel eines dreiergolfs zuallererst bauen wir den massepol ab den hier einfach weg damit das ganze nicht die ganze zeit gut dann nehmen wir die verkleidung ab in diesem fall haben wir keinen airbag deswegen geht das ganze ein bisschen einfacher verkleidung ab machen die ist nur geklippt dann sehen wir hier den bolzen darauf ist eine 24 mutter diese einfach aufdrehen wichtig stellung markieren beziehungsweise hier bei diesem modell ist eine markierung vorhanden dann das lenkrad abnehmen und zwar kommt das kratzgeräusch von diesem ring beziehungsweise beziehungsweise dem schleifkontakt den sauber machen entfetten mit bremsreiniger das gleiche auch auf dieser seite hier beim kontakt sauber machen und dann das ganze wieder frisch einfetten zusammenbauen und das kratzen sollte weg sein perfekt natürlich gibt es bei den aktuellen modellen oder auch kurz nach diesem baujahr nur noch mit airbag dem müssten er wird aber dann natürlich abbauen möglich ist das ganze ist auch nicht schwer aber es sollte immer fachpersonal machen oder fachkräfte die dafür ausgebildet sind denn wenn das in die hose geht springt euch mal den schädel weg bis dann haut rein und tschüss